Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchenla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und heute würde ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold ausgeben, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen was ausgegeben. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal einmal rein. Vielleicht noch so ein kleines Side-Thema. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der bei mir so ein bisschen im Stream unterwegs war. Ja, und zwar habe ich ein bisschen was investiert gehabt in Schattenflammen-Essenz. Schattenflammen-Essenz. Und das ist richtig schief gegangen, also ich habe richtig viel Gold verloren. Ich weiß bloß leider nicht wie viel, weil meine Addons spacken noch immer rum. Mein Alkoholik zeigt das nicht vernünftig an und ich habe schon einiges davon wieder aus dem Postkasten genommen. Deswegen werde ich jetzt in dem Video schwierig dazu was sagen können. Wahrscheinlich kommt dazu auch nichts mehr. Aber ja, ich habe diese Schattenflammen-Essenzen und diese Rüstungsteile hier gekauft gehabt für um die 40k. Und dachte, die gehen hoch. Die sind dann auch quasi an dem zweiten Reset vom, oder vom ersten Reset vom Raid. Also sprich, nach einer Raid-Woche kurzzeitig an dem Mittwoch hochgegangen. Und danach sind sie ziemlich gedroppt. Und ich dachte mir, ah, die sind ein bisschen hochgegangen. Ich warte jetzt noch, das geht bestimmt noch weiter hoch. Und dann sind sie richtig gedroppt und ich habe richtig viel Gold damit verloren. Also das nur an der Stelle. Bloß ich weiß leider selber nicht wie viel. Deswegen, ja, schwierig darüber ein Video zu machen. Aber jetzt wollen wir uns um andere Sachen kümmern. Und dementsprechend habe ich auch schon ein paar Zahlen hier. Ich habe ein bisschen was schon ausgegeben. Ich habe jetzt hier etwa 360k schon ausgegeben für, ich habe hingeschrieben, 10.1 Stuff. Das ist relativ viel. Das waren lauter kleine T-Mock-Sachen, die ich mir am Anfang gekauft habe. Das war das Tausch-Game. Da waren ein Haufen kleine Rezepte drin. Dann waren Sachen drin, wo ich die Rezepte quasi für den First Craft gecraftet habe. Oder für das T-Mock. Und ja, das ist relativ viel über ein paar Wochen zusammengekommen. Viel Kleinkrims-Zeug. Was ich mir jetzt nicht alles extra mal aufnehmen wollte. Weil wenn ich dann irgendwie 50 Sachen Craft und Mats kauf, das wird dann ein ewig langes Video. Das macht dann wenig Sinn. Deswegen habe ich das darüber zusammengefasst. Dann habe ich nochmal ein, zwei Rezepte gekauft, die so ein bisschen teurer waren. Die waren jetzt so um die 100k zusammen. Das ist aber alles auch so ein bisschen ERP mal Daumen. Weil wie gesagt, meine ganzen Add-ons funktionieren aktuell nicht, die mir die Daten liefern. Und ja, ein bisschen schwierig alles. Aber so in etwa in der Größenordnung habe ich seit dem letzten Video rausgehauen. Und jetzt dachte ich mir, schaue ich mal so ein bisschen ins Auktionshaus und gucke, was da noch drin ist. Es sind ein Haufen neue Raid-T-Mocks drin. Und die sind halbwegs günstig, würde ich jetzt mal sagen. Bis 50k kaufe ich ja meistens die Sachen alle so raus. Und das sind teilweise auch Sachen für, ja, einstellige Tausende-Beträge, was ganz nice ist. Und da werden wir jetzt vielleicht mal ansetzen. Und mir fehlen noch ein paar Rezepte. Ich kann euch das vielleicht mal zeigen. Ich habe hier so eine kleine Übersicht und zwar Rezepte. Und das sind quasi die letzten zwölf Rezepte, die mir fehlen. Da sind die meisten tatsächlich aus, wenn dann aus dem Raid, aus Averus. Oder sie sind aus diesen komischen Flaschen, die man angeln kann. Zwei sind, glaube ich, noch die ich, über eines über eine Discovery, das ist quasi Kräuterkunde. Da muss ich quasi, ja, was wegkräutern. Und das andere ist über dieses Tauschspiel, wo ich ja schon eingangs erwähnt habe. Da habe ich auch ein bisschen Gold rein investiert, um mir halt das eine oder andere kaufen zu können. Ja, den Rest kann ich mir aber theoretisch immer herkaufen. Die, wie viele, die lässt sich in 10. Und da werden wir jetzt dann halt auch mal gucken. Ich würde es aber sagen, wir gucken erst wegen der Mock, was wir da zusammen kriegen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich hatte jetzt einmal hier gescannt und parallel auf Antonidas. Und ich würde jetzt aber erst sagen, dass ich auf Anto das Zeug kaufe, weil hier die Sachen teilweise ein bisschen günstiger sind. Ich habe mir auch schon ein paar von den günstigeren Sachen über die letzten Tage rausgekauft. Die sind auch bei diesen 360K drin. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Das Inji-Zeug wird wahrscheinlich eher schwierig. Schlichtweg deswegen, weil ich da erstmal noch schauen muss, wo ich einen Inji-Char habe. Also da müsste ich wahrscheinlich dann mit irgendeinem Inji lernen. Mit einem Ketten und mit einem Leder-Char jetzt hier noch. Da muss man mal schauen. Da finde ich bestimmt einen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir für 6K ein Ketten-Item. Das können wir uns schon mal kaufen. Dann haben wir für 7K ein Leder-Item. Das kaufen wir uns auch. Dann haben wir hier für ebenfalls 7 irgendwas ein Stoff-Item. Also die scheinen alle aus dem neuen Raid zu sein. Die sind auch vom Item-Blöh ganz okay. Dann haben wir hier nochmal ein Leder-Item eingekauft. Was haben wir denn jetzt schon ausgegeben? 27K. Okay, das geht. 8,5. Das nehmen wir auch noch mit. Das Ketten-Item nehmen wir auch noch mit für 10. Was haben wir hier? 14. Das können wir auch noch mitnehmen. 19. Das nehmen wir auch noch mit. Und das für 20. Und dann würde ich jetzt erstmal hier stoppen. Und dann eventuell auf Blackmore gucken, ob ich die anderen Sachen vielleicht günstiger kriege. Da hatte ich jetzt schon mal so ein bisschen verglichen. Die waren tatsächlich im großen Teil günstiger als die auf Blackmore. So, die nehmen wir jetzt mal alle raus. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die zu den... Oh nein, da habe ich anscheinend noch mehr Zeug. Halt, stopp. Ich will nur die Sachen, die ich gekauft habe, nehmen. Ah ja, gut. Ihr seht schon, bei dem habe ich jetzt halt auch nicht alle Add-ons an. Schlichtweg deswegen, weil ich halt extrem viele Bugs aktuell habe. Und dementsprechend, ja, muss ich halt schauen. Jetzt habe ich mal hier zumindest TSM angemacht und den Titan-Panel, dass ich auch einfach die Beträge sehe. So, das haben wir Leder. Dann tun wir das jetzt mal alles hier runter. Natürlich war ich auch ein bisschen bei einem Schatzgoblin unterwegs. Und habe da den einen oder anderen Try. Das ist auch nochmal Leder. Und das ist Kette. So, da la. Gut, das ist jetzt irgend so ein Mist-Equipter-Char, aber das ist jetzt egal. Legen wir das mal an. Ist sogar wahrscheinlich besser, oder? Der erste Mock. Weil ich kann wahrscheinlich gleich das... Die NHC-Variante davon anlassen. Die sind alle relativ günstig. Was haben wir hier noch? Hände. Oder sogar auch wahrscheinlich besser. Bei dem aufgehoben. Tada. So, haben wir die schon mal gelernt, die drei Items. Das war jetzt irgendein anderer Stuff. Dann habe ich jetzt zwei Ketten-Sachen, zwei Platten und zwei Stoff. Die muss ich jetzt mal auf meine anderen Twinks rüber schicken. Und zwar... Das machen wir auf den Hexer, den ich habe, auf Anto. Dann habe ich einen Hunter, einen Dealer. Das schicken wir da mal rüber. Und das kann ich auf meinen Plattenschar schicken. So, da la. Was haben wir denn jetzt hier ausgegeben? Also, das waren jetzt einmal... Das waren ziemlich genau 100 Karte, die wir rausgehauen haben. Gut, jetzt weiß ich nicht. Den Stuff... Gut, das... Halt, das will ich nicht verschicken. Das können wir jetzt mit dem anlegen. Das kann man sogar upgraden, ne? Also, eigentlich gar nicht schlecht, dass man so Sachen da kaufen kann. Und das hier war ja auch besser. Okay, dann können wir das aber schon mal beim Händler verticken. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Umloggen klappt. Ich habe da so ein bisschen das Problem. Ich habe ja... Ah, das mit der Post wird auch nicht eingezeigt. Strange, klappt das anscheinend schon wieder nicht mehr. Ich habe ja gerade das auf den Char geschickt. Die Geschichte ist, ich habe gerade so die Probleme, wenn ich mit einem Char einlogge auf einem zweiten Account und ich ein paar Addons auf einem anderen Account aktiviert habe, dann freest der komplett. Ne, jetzt schauen wir mal. Ah, perfekt, ja. Jetzt kann ich auf den anderen nicht rüberswappen. Egal. Das rappelt sich dann immer nach einer Weile wieder. Deswegen spiele ich aktuell mit fast gar keinen Addons. Und ja, da habe ich mal ein bisschen so die Problematik. Aber zumindest hier funktioniert es jetzt so halbwegs. Und jetzt können wir die Sachen noch lernen. Was haben wir denn hier Schönes? Ähm... Das ist sogar schlechter, ne? Wobei, das kann ich dann upgraden. Eventuell ist es sogar besser. Also, die Taille können wir einmal lernen. Und, ähm... Das hier auch. Jetzt kommt kein so ein schöner All-the-Things-Sound. Schlichtweg, weil ich das Addon hier halt nicht drauf habe. Ist aber egal. Ah, jetzt hat sich der andere wieder gerappelt. Habt ihr gesehen? Jetzt kann ich ihn auch wieder anklicken. Ah. Okay, gut. Wunderbar. Also, das können wir jetzt auch schon mal weghauen. Ähm, eventuell... Können wir sogar schon... Oh, das... Da ist die Stangenwaffe, die ich glaube... Oder nee, das ist eine Schusswaffe. Hab ich... Ah, gut. Ich hab eine Schusswaffe an. Ich hab nämlich versehentlich mit dem Hunter... Hab ich aus irgendeiner von diesen Quellen ne Dings bekommen. Ähm, ne Waffe. Und hab aber nicht genau geguckt, was das für eine Waffe ist. Dann hab ich die am Anfang hier gleich mit meinen, ähm... Mit meinen Steinchen abgegradet. Dann stehe ich bei irgendeinem Mob, ne. Hab den halt mit meinem Main dabei, weil ich halt Rares gefarmt hab. Dann hab ich halt meine verschiedene Rüstungssätze dabei. Dann wollte ich irgendein so ein Rare tacken. Und dann steht dran, ja funktioniert nicht. Meine ganzen Fernkampfschüsse haben nicht funktioniert. Dann hab ich festgestellt... Ja, schöne Scheiße. Ich hab meine kompletten Wappen und dieses Zeug da, äh... In eine Stangenwaffe investiert. Ja, und ich spiel halt mit dem Marksman Hunter. Also, Range. Und ich hatte vor allem meine Range-Waffe verkauft, ja. Also, es war dann doppelt bitter. Jetzt können wir gleich mal gucken, wenn wir das hier schon haben. Können wir vielleicht noch was upgraden. Jetzt seht ihr hier. Hat ja richtig krasses Gear für... So ein Old Gear ist schon ganz okay. Gut, okay. Also, das haben wir schon mal. Dann kann ich den gleich mal umloggen. Dann gucken wir auf den nächsten. Was hatten wir? Wir hatten jetzt noch den Hexer und den Worry. Ich muss das halt jetzt gleich anziehen, weil sonst hab ich die Problematik, dass mir das bei dem anderen Char, wenn ich das Auktionshaus scanne, beziehungsweise wenn ich es jetzt gleich refreshe, wird es mir dann nicht angezeigt. Das ist immer so ein bisschen blöd. Und dann kaufst du Sachen doppelt. Und ich sag mal so, das ein oder andere Mal ist mir das schon passiert, dass ich dann auf zwei Accounts parallel was gekauft hab. Dann hab ich es nicht gleich mit den Rüstungsklassen angelegt. Und dann kaufst du es auf dem anderen das gleiche Item nochmal. Und dann merkst du, ach, kacke. Gut, natürlich kannst du es wieder verkaufen. Aber tendenziell kriegst du es dann vielleicht eher für weniger verkauft. Und dann hast du dann auch den Auktionshaus-Karten. Das muss ja nett sein, ne? Deswegen machen wir das jetzt mal. Während wir jetzt hier kurz warten, kann man es gleich schon mal eintragen. Also, ich hab jetzt 100k etwa auf Anto rausgehauen. Anto Nidas. An Mox Stuff. Da wären jetzt nur ein, zwei Tachen drin gewesen, wo ich sag, okay, die wären vielleicht interessant gewesen. Aber, ähm, ja, jetzt warten wir lieber erstmal und schauen, was da auf Blackmon noch drin ist. Eventuell kriegen wir sie da nämlich günstiger, ne? Da sind jetzt hier auch nochmal einige Items mit dabei, die da halbwegs günstig waren. Beziehungsweise wir können hier schon mal refreshen. Ah, seht ihr, da fällt schon das ein oder andere raus. So, jetzt gucken wir mal hier auf den Hexer. Na, da hab ich zumindest all the things am Start. Okay, das passt schon mal. So. Jetzt gucken wir mal, da haben wir auch nochmal zwei Items. Bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Der hat nämlich, ähm, mit dem hab ich nämlich ein Speedgear, ne? Nehmen wir mal das richtige Gear an, dass wir dann gleich den Vergleich haben. Ähm, ah, das hat sogar Crit drauf. Ich brauch da nämlich auch bestimmte Stats. Aber gut, das ist eine Schulter, das ist vollkommen egal, ne? Welche ich da anlege. Gucken wir das schon mal. Und dann haben wir hier noch Handgelenke. Uh, die scheinen auf jeden Fall besser zu sein. Weiter muss ich dann aufpassen, ne? Wenn ich die im Speedgear auch anhabe, dass ich da eventuell dann wieder so eine Verzauberung drauf baue. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, die hab ich im Speedgear auch an. Aber die haben weniger Crit, ne? Hier ist ein großer Critstat drauf. Dann muss ich mal schauen, ob ich die... Vielleicht lege ich sie im normalen Gear an. Speichern wir das mal. Aber im Speedgear machen wir es nicht. Weil da brauche ich halt, um quasi... Warte mal, ich kann es euch mal kurz zeigen. Um maximalen Speed hier aus diesen Azari-Teilen zu kriegen, muss halt einer von meinen Stats auf 30% etwa hoch sein, dass ich da den vollen Credit von kriege. Und, ähm, ja. Deswegen brauche ich halt, ähm, hier Fullcrit auf dem Gear. Genau, gut. Warte mal, jetzt legen wir das wieder um. So, dann brauchen wir jetzt noch den Worry. Darunter ziehen, dass ich nicht versehen nicht verkaufe. Ich habe nämlich lang genug für mein ganzes Speedgear gefarmt, ne? Gut, ich sag mal so jetzt, die aktuellen Items sind jetzt nicht ganz so schlimm. Weil, ähm, der Hauptaufwand sind ja die Azari-Teile, ne? Dass man da das Zeug kriegt. Aber dennoch muss ja jetzt nicht sein, dass ich das Speedgear wieder verkacke. Ich bin nämlich gerade relativ aktiv am Temok-Farmen in den alten Raids und Dungeons. Und, ja. Da ist dann natürlich das Speedgear relativ nice, ne? Wenn man da teilweise dann fast doppelt so schnell durchkommt. So, dann haben wir jetzt hier noch den Worry. Da haben wir jetzt zweimal Schuhe. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendeinen Kack anhaben. Oder? Ah, obwohl, die sind schon gar nicht schlecht. Das legen wir an. Und das hier. Dann können wir sie gleich auch nochmal upgraden. So, schauen wir mal. Seht, die stehen hier noch alle bei dem Karukta oder wie der heißt rum. Ich habe den letztens gefarmt, ne? Und, puh, bis jetzt Blizzard da ein bisschen was geändert hat, ähm, habe ich, boah, lass mich nicht überlegen, ein bisschen über 700 Trials habe ich gebraucht, ne? Ich habe ja einige Chars. Und mit Gruppen ging es tatsächlich. Einfach nur mal durchlocken, habe die alle da hingestellt. Aber trotzdem. Also, das war schon, war schon ätzend. Okay, sonderlich viele Marken habe ich jetzt hier nicht. Einmal können wir es upgraden. Ah ja, hat ja auch ein bisschen besseres Geer. Gut, dann sind wir eigentlich jetzt da durch. Ähm, dann können wir jetzt hier einmal refreshen. Und ihr seht, es sind schon einige Teile rausgefallen, vor allem die ganzen günstigen. Und jetzt würde ich sagen, kaufen wir jetzt hier mal noch den Rest. Also, hier haben wir noch nichts auf der Uhr. Da haben wir schon alles geholt. Also, was haben wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, bis 50k oder so kaufen wir es. Ähm, das hier können wir mitnehmen. Was haben wir da? Einen Stoffteil, das nehmen wir mit. Hier für 38 ein Platten-Item. Dann hier noch ein Stoffteil, oder? Ja, Stoff ist das. Das nehmen wir mit. Für knappe 40. Dann haben wir hier noch eine Taille für 40. Und dann haben wir hier noch Handgelenke für 50. Die sind wahrscheinlich dann auch bei meinen Twings ganz gut aufgehoben. Jetzt gucken wir mal. Hier wäre noch ein Removedes. Hm, könnte man sich überlegen, ne? Aber die anderen, das ist jetzt alles irgendein Mist. Hm, ich glaube, das Removede kaufe ich nicht, oder? Jetzt schauen wir mal. Und das Herr, das aus der Wiederherstellungs... Aus dem Wiederherstellungsgebäude. Hm, weiß ich nicht. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Was haben wir jetzt dafür schon ausgegeben? Äh, uh, 212, 213, ne? Das ist doch schon ein bisschen was. Also wir haben einmal Kette, dann haben wir Stoff, Platte, Stoff, Kette und nochmal Stoff. Gar kein Lederstuff, den ich jetzt anlegen kann. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt noch mal nach den Rezepten. Und zwar, warte mal, Haustiere, es dürften ja keine drin sein. Und Spielzeuge, da müsste ich soweit alles haben. Aber jetzt schauen wir trotzdem einmal kurz. Na gut, Reittiere sind sicher keine drin. Ja, okay. Dann schauen wir jetzt mal nach den Rezepten. Und zwar waren es ja jetzt noch 12 Rezepte, die ich brauche, ne? Es sind drin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei davon musste ich ja so holen. Also es sind alle Rezepte hier drin, bis auf eins tatsächlich. Na gut, dann könnte ich mir sogar fast alles fertig machen. Dann schauen wir mal. Ähm, tut, 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 tut. Also wir haben hier einmal ein Schmiedekunstrezept. Das können wir uns mal kaufen. Dann haben wir hier ein Verzauberungsrezept für 35 Katas kaufen wir uns mal. Dann haben wir ein Schmiedekunstrezept für 40. Das können wir mitnehmen. Dann schauen wir schon mal hier. Das ist nochmal ein Schmiedekunst, oder? Äh, ne. Ich glaube, das ist Schmiedekunst. Irgendwie sehe ich es jetzt nicht. Sonst ist das für 55. Dann, das ist Alchi. 60. Dann haben wir hier Inschriftenkunde für 70. Das haben wir schon auf dem Tag stehen. Eine halbe Million. Aber gut, ich will die Rezepte jetzt fertig haben. Oder zumindest nahezu Schneiderkunst für 100. Und das für 100 kaufe ich mir auch noch. Das ist Alchi. Das eine, da warte ich jetzt noch. Das war bis vor kurzem Buggy. Mit noch einem anderen. Und ich hoffe, das wird noch ein bisschen droppen. Ähm, 380 sehe ich mich jetzt nicht auszugeben. Die können wir uns noch kaufen. Und dann schauen wir gleich mal. Ähm. Also, das kann man gleich schon mal lernen. Hier für Zauberkunst. Das kann ich auf meinen Hexer schicken. Dann, das ist ein Schmiedekunstrezept. Das können wir auch gleich lernen. Das war auch Schmiede. Ne, das war Lederverarbeitung. Okay. Dann, das ist Alchi. Das muss ich auf meinen Magier schicken. Was haben wir hier? Inschriftenkunde. Das muss auf den Priester. Dann haben wir Alchi. Das muss auf den Magier. Und das hier ist Schneider. Das muss auf den Hexer. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Schulter. Handgelenke. Handgelenke. Da muss ich dann mal gucken, wie ich es mache mit den Chars. So, jetzt gucke ich schnell mal in den Beruf rein. Und zwar. Ja. Lederer habe ich jetzt alle Rezepte, die es gibt. Jetzt gucken wir mal wegen einem Ersterstellungsbonus. Dass wir das gleich einmal Tutti Gompletti abhaken. Ähm. Ja gut. Das hier bräuchte ich noch einmal für den Ersterstellungsbonus. Das musste ich einmal machen. Da brauche ich einen Funken. Da brauche ich auch einen Funken. Okay. Das sind alles Sachen, die einen Funken brauchen. Ähm. Mache ich das? Jetzt habe ich das Addon auch nicht an, ne? Dass mir das angezeigt wird. Ach komm. Ich poste es mir schnell in den Chat. Oder ich schreibe es mir selber. Normalerweise habe ich da einen Addon für. Bloß wenn ich jetzt das anmache, dann ist mir der Betrag nicht mehr da. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Hier oben dann resetet es das. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh. Jetzt schreibe ich mir das einfach schnell selber in den Chat rein. Und kaufe das. Oder warte mal. Ging das nicht, dass man das hier so klein machen konnte? Und dann das Auktion hast? Ah. Okay. Muss ich gar nicht. Easy. Mittlerweile gibt es ja hier Tricks. 200 Jahre alt sein. So. Ne gut, teuer ist das nicht, ne? Das kostet noch 2 Gold. Hier. Ja. Die Kerne sind auch übelst getroppt, ne? Oder Schattenflammenessenz. Ich habe die ja, wie gesagt, für über 40 gekauft und musste die dann für 20 verkaufen. Ich habe also gut Verlust gemacht. Aber jetzt sind die auf 5. Ich bin froh, dass ich sie dann doch verkauft habe. Und nicht, äh, ich war so im Überlegen, warte ich noch einen Ticken länger? Eventuell, ne? Geht's nochmal, geht's nochmal hoch. Aber, ne. Die sind einfach nur abgerauscht. Also das war eher eine schlechte Angelegenheit. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Muss ich an diese komische Werkbank, ne? So eins von den zwei Rezepten, die ich jetzt eben geholt habe, war quasi jetzt das Ding. Oder war es nur viel Lederer? Nur eins kann auch sein. Und das andere war wahrscheinlich jetzt hier so eine Rüstung, vermute ich jetzt mal. Ach, wo muss ich denn das machen? Flatten, ach, da muss ich, da muss ich an so eine, da an so eine bestimmte Schmiede ran, oder? Für? Ja, das ist da, wo der Angriff, glaube ich, ist, oder? Kann das sein? Da drüben. Sollen wir mal kurz gucken. Also Schmiedekunst, weiß ich, musste ich da auch an was ran. Warte, jetzt kaufe ich mir vielleicht erst das Schmiedekunstzeug noch. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Okay, da bin ich auch. Habe ich auch alle Rezepte jetzt? Jetzt schauen wir mal. Okay, das ist alles Zeug mit Funken, ne? Auch. Und das Teil ist so ein komischer Rettungsring. Mal herstellen. Feuer, oder? Dann ist der Stuff. Mal was das Zeug kostet. Naja, jetzt, wenn wir schon dabei sind, ne? Die Haut habe ich letztens auch ein bisschen gefarmt, ne? Gut, die sitzt runter auf 13k, ne? Er ist jetzt auch nicht mehr so teuer. Jetzt kaufen wir halt hier die günstigen Mats. Das muss ja nicht gut werden. Von der Quali- oder es geht ja eh von der Qualität nicht hoch. Aber ich will halt diesen Erstherstellungsbonus quasi abhaken, ne? Dass ich das auch gemacht habe. Gibt es nochmal einen zusätzlichen Skillpunkt und... Ah, ich wollte gerade sagen, ist das nicht im Aktionshaus drin? Ups, schau mal, das kann es sich... Aber das muss ich jetzt nicht an einer bestimmten Schmiede machen. Okay, interessant. Interessant. Gut. Aber das können wir jetzt hier gleich machen. Also das, ähm... Für einen Lederer, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ne? Ob ich da auch zu diesem Führerangriffen muss. Aber die Schmiede war da auf jeden Fall. Kann sein, dass das andere Ding da auch ist. Das würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach gleich mal nach. Okay, haben wir den Erstherstellungsbonus einmal mitgenommen? Und wegen den anderen Sachen, naja gut, dann brauche ich halt die Kerne, ne? Das wird nichts helfen. Jetzt gehen wir das mal hier. Bin halt auch gerade dabei, ähm, bei den ganzen Berufen, ne? Immer schön jede... Jede Woche den, ähm... Diese Extra-Punkte mitzunehmen, um das irgendwann mal ausgeskillt zu haben. Deswegen schaue ich halt auch wegen diesen, ähm... Erstherstellungsboni, dass ich die immer schön mitnehme. Vor allem, es hat relativ viel gebracht, ne? Da ich mir ja die Schmiedekunst und Leder-Pvp-Rezepte, äh, geholt hab. Und vor allem bei Lederer hast du ja dann, glaub ich, acht Rezepte. Sowohl für Schmiedekunst... Auch für Lederer und für Kette. Also hast du halt 16 Erstherstellungsbonis, ne? Und dann waren die Matz jetzt auch nicht so teuer. Jetzt schauen wir mal. Also, ich weiß, dass ich beim Schmied hier das auf jeden Fall irgendwo dran machen konnte. Jetzt weiß ich nicht, ob das beim Lederer tatsächlich auch hier irgendwo funktioniert. So was ist... Guck mal mal. Wenn, wenn das nicht... Oh, ich bin jetzt im Kommenbett, jetzt geht das nicht. Gucken wir mal, ob das eins von den Teilen ist. Lattenflammen, Lederverarbeitungstisch. Okay, ich glaub, das ist doch was anderes hier. Also ich glaub, hier war das mit der Schmiede. Da hat das dann funktioniert, dass ich was umschmieden konnte. Das scheint anscheinend was anderes zu sein. Vielleicht kann ich es da machen. Ne, naja gut. Da muss ich mich dann, glaub ich, nochmal informieren, wo das genau ist. Ja gut, komm, porten wir uns hier einmal raus. Dann schick ich das Zeug jetzt mal auf die Twings noch und dann gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt, äh... Ach, ne Mist, jetzt werde ich hier angegriffen. Okay, das war schon mal eine schlechte Idee, hierher zu gehen. So. Ich hab mir nämlich bei diesem Führerangriff alles mögliche schon gefarmt, ne. Seitdem war ich hier nicht mehr dran. Ich seh jetzt aber auch kein Lederer Tisch hier. Wahrscheinlich ist der wo komplett anders, ne. Gut, dann tragen wir jetzt aber erstmal in die Liste ein, was wir jetzt ausgegeben haben. Äh, 724, wenn wir es aufrunden, 25 Kars. Schon nicht, schon nicht so wenig. Und dann schicken wir jetzt mal den Stuff hier rüber. Also wir hatten jetzt 1, 2, 3 Stuff-Items. Das schick ich jetzt mal zu meinem Hexer. Dann die 2 sind Alchi. Das schick ich zu meinem Magier. Ich hab die jetzt mittlerweile hier alle auf Blackmon, ne. Auf einem Server. Dass ich, äh... Ja, alle Craft-Chars auf einem großen Server hab, um die Rezepte einfach ein bisschen günstiger zu kaufen, ne. Ich hatte ja das Problem, dass ich die ursprünglich auf Lothar hatte. Und das ist halt so ein kleiner Low-Pop-Server, ne. Da hast du halt die Problematik, dass du schlichtweg da einfach, ähm, ja, so gut wie nichts im Aha hast. Und die ganzen Sachen, die nicht, ähm, quasi Battle.net-Account oder die nicht, ähm, ja, WoW komplett weit sind, also nicht weltweit, sondern EU-weit, dass die halt sauteuer dort sind. So, Restore, das ist mein Plattenschack. Gut, dann müssen wir jetzt einmal durchloggen. Dann könnte ich auch nochmal auf Anto gucken, was da noch so drin war. Also, ah, schau mal, hier funktioniert das Post-Symbol jetzt. Also die haben jetzt alle Post. Ja, gut. Ach so, die, die Beträge wollte ich nur eintragen, dass wir das nicht vergessen. 725 war es jetzt auf Blackmore. Okay. Ach so, jetzt habe ich hier natürlich das Auktionshaus-Addonet an, ne. Das macht natürlich wenig Sinn. Verkaufen, ja. Weil ich muss dann bei dem anderen auch nochmal wegen den Erstherstellungs-Boni-Sachen gucken. Wenn ich das so vergleichen, ne, habe ich es schon da relativ günstig gekriegt, ne. Wenn du jetzt siehst, der Durchschnitt da teilweise sind bei ein paar 100k auf dem EU-Market. Und auf Lothar hätte ich wahrscheinlich für jedes Rezept 500.000 gezahlt, wenn es überhaupt drin ist. Also, da bin ich jetzt hier auf Blackmore schon relativ gut gefahren. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe nämlich ein paar Stoff-Jars. Das heißt, ich kann, ähm, auf dem einen quasi das eine Teil anziehen, auf dem anderen das andere Teil. Ähm, dann würde ich sagen, lege ich mit dem halt jetzt mal das hier an, oder? Kann ich das andere in den anderen Twink schicken? Auch noch an, dann ist der Hexter halbwegs gut ekript. Uh, die sehen ja ziemlich nice sogar aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist Teil von diesem Priester-Set. Ich habe mir mal die Sets angeguckt, ne. Und das von Priester finde ich schon sehr geil. Also, und dann gibt es so eine silberne Variante. Ich meine, das ist das PvP-Set. Hat schon echt was. Ah, okay, da brauche ich dann direkt diese großen Abzeigen. Okay, also das kann ich schon mal nicht weiter upgraden. Und das andere? Ja, zumindest ein bisschen, ne. Ich mache zwar jetzt mit dem Hexenet wirklich was, aber... Ah, schadet nicht für... Sobald ich dann wieder irgendeinen Content mit denen mache, schon mal ein bisschen Gier zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, dann kann ich die zwei Sachen schon mal weghauen. Und das andere schicken wir dann einem von meinem anderen Stoffchars weiter. Dann können wir es zumindest noch so ein bisschen benutzen. Jetzt schauen wir aber erst mal wegen den Sachen, die ich vielleicht noch brauche. Okay, also Ding habe ich auch alle, Rezepte. Schauen wir mal, Erstherstellung. Ah, ich glaube, das hier wollte ich schon mal craften, aber das hat dann gebackt und hat nicht funktioniert. Und die Sachen sind jetzt alle, also das, ne, wenn da immer so eine Reagenz hier ist, das ist alles Stuff, wo ich halt so einen Kern brauche, ne. Da habe ich leider jetzt aktuell keine. Die muss ich mal in Anführungszeichen ein bisschen farmen. So, mal schauen. Jetzt potte ich mich mal kurz raus. Ich kann mal nochmal schauen, ob ich das jetzt herstellen kann. Eventuell funktioniert das. Eigentlich sollte ich mit dem Char, beziehungsweise mit meinen Craft Chars, ab und an immer mal bei diesen Tischen vorbeigucken, ob irgendjemand einen Arbeitsauftrag reinstellt, ne, für die Sachen, die ich noch erstherstellungsmäßig nicht hergestellt habe, um dementsprechend, äh, die Skillpunkte zu kriegen. Aber ich denke mir, ich brauche halt teilweise ja eh dann irgendwann den T-Morg, also muss ich es mir eh selber herstellen. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich jetzt keine Sachen drin, die ich... Aber, wie gesagt, wir können jetzt mal gucken, ob ich das hier eventuell... ...draften kann. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Tarra sein. Weil der Stuff kostet tatsächlich schon noch ein bisschen was, ne. Das ist ja diese Zusatzreagenz hier, die man aus den Tarra-Lake-Hölen kriegt. Was ist das? Und was? Von den Wollstoffen habe ich immer noch genug. Da mache ich sogar Gewinn, wenn ich das herstelle? Interesting. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt es mir. Das sehe ich jetzt gerade erst, ne. Falls ihr euch fragt, was das für ein Add-on ist, das ist, glaube ich, der Auktionator. Ich glaube, ich habe den Auktionator für das drauf und dass ich halt mit dem Kollektionator mir, ähm... Naja, warum funktioniert denn das nicht? Seht ihr, ich wollte es herstellen? Ging nicht, geht nicht. Ich verstehe halt nicht, warum das nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist es deswegen im Plus, weil es bei manchen Leuten buckt und irgendwie weiß ich nicht, warum ich das nicht craften kann. Strange. Das habe ich schon mal probiert. Na gut, da haben wir jetzt was gewastet. Was habe ich jetzt gewastet? 3000 Gold habe ich gewastet. Ach so, das Teil wollte ich noch weiterschicken, genau. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr das Rezept auch habt, ob das bei euch funktioniert. Ich dachte, vielleicht haben sie es jetzt gefixt, ne? Also, dann schicken wir das mal an meinen Priester weiter. Dann. Muss ich mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie mit dem Priester das Set farm und dann dementsprechend quasi das mal mock, weil das sieht echt nice aus. Ich kann euch mal zeigen, was das für Addons sind. Also, das ist einmal der Auktionator, ne? Und dann der Klektonator. Warte mal, habe ich die jetzt mit dem an? Ah, doch, die habe ich mit dem auch an. Perfekt. Mit dem Auktionator sieht man halt diese Preise da direkt dran, ne? Also, sonst benutze ich halt für Sahar hauptsächlich TSM, aber für das ist es praktisch und hier für die Scans ist es halt auch sehr nice, tatsächlich. So, jetzt gucken wir mal beim Priester. Ich glaube, ein Rezept brauche ich hier noch über das Tauschspiel. Genau, seht ihr diese Technik. Also, die kann ich leider noch nicht holen, aber da haben wir doch jetzt die zwei Teile. Jetzt gucken wir mal, ob das besser ist. Da habe ich schon den 402, ja. Per eigentlich fast wasted, ne? Ach, das ist nur aus dem Gewölbe, sehe ich gerade. Ah, ja gut, wenn ich das nicht upgraden kann, werde ich es mit dem Magier auch nicht brauchen. Oder ich sende es mal auf dem Magier. Vielleicht hat der da irgendwas Schlechteres noch, aber wahrscheinlich brauche ich es nicht. So, dann können wir jetzt halt das nicht wegschicken. Das können wir jetzt noch lernen. Schauen wir mal hier. Also, hier von den Rezepten, da fehlt mir jetzt noch das eine, wo ich halt hier dieses Tauschspiel machen muss. und zwei aus dem Aha. Aber das eine war ja für 300k drin und das andere war ja gar nicht drin, ne? Das war das Fehlende, in Anführungszeichen. Jetzt können wir mal gucken, ob ich hier noch irgendwas craften kann. Okay, das ist alles mit Kernen. Kern und das hier. Ah, das haben wir uns jetzt gekauft, ne? Heißt, das könnten wir uns jetzt einmal craften. Ach, da muss ich auch wieder zu diesem blöden Tisch hin. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Aber ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. So als Grundidee finde ich es ja ganz nett, dass man so so einen Handwerkstisch hat, ne? Und dann alle Handwerker an ihrem Tisch und so sind. Aber wenn du einfach nur schnell mal was craften willst und dann ständig wieder zu diesem Tisch zurück musst, weiß ich nicht. Finde ich halt nur nervig. Man sollte ab einem gewissen Punkt, weiß ich nicht, dass du an dem Tisch musst, wenn du im Low-Skill bist. Aber wenn du komplett ausgeskillt bist, dann bist du so ein skillte Handwerker, dass du das nicht mehr brauchst. Oder du kannst dir ein Berufswerkzeug herstellen. Das wäre auch eine coole Sache. Und das Berufswerkzeug sorgt halt einfach dann dafür, dass du diesen Handwerkstisch nicht mehr brauchst. Oder dient halt das Handwerkstisch, keine Ahnung. Das wäre halt eine coole Idee gewesen, ne? Aber nein, Wizard macht sowas halt nicht. Und jetzt kann man jedes Mal da wieder in die Hauptstadt zurückfliegen, wenn man sich halt ein bisschen was craften... Hä? Warte mal. So, das heißt alles. Bildstoff, wo ist denn das, was ich jetzt brauche? Achso, da haben wir ihn. Also, da brauchen wir jetzt 18 Stück. Jetzt habe ich hier nirgends ein Ding offen, wie viel ich jetzt ausgebe. Aber hier rechnet man es ja schon vor. Das sind dann nochmal 8, 6. Habe ich das eine jetzt draufgerechnet, die 3K, die wir vorher hatten? Ich glaube nicht, ne? Aber dann machen wir das, wenn ich gleich umlog. 8K. Ach, wollte gerade sagen, es ist nicht mehr hart. Das kann ich nämlich als Ding, glaube ich, herstellen, ne? Als Lederer. Jetzt könnte man sagen, ja, du hättest es dir ja selber craften können, aber diese Dinge sind, glaube ich, alle im Minus, ne? Also, wenn du die normal craftest, dann kostet es mehr, als wenn du es im Haar kaufst. Ich schätze mal, das ist dann auch wieder irgendeine Sache mit Multicraft und Mats zurückkriegen und sowas, dass sich das rentiert. Weil so sieht es eher schlecht aus. Gut, dann... Tun wir das jetzt ein. Kräfteln. Aber das brauche ich tatsächlich ja auch, ne? Für meine Sammlung noch. Das Ding. So, dass wir mal gucken können, ob da Arbeitsaufträge drin sind. Ah, das ist das Rezept, was ich nett habe, ne? Letztens habe ich welche gesehen, die da ziemlich teuer waren. Das kann man, glaube ich, auch filtern. Verlernte raus. Ah, keine Mats, keine Mats, keine Mats. Naja, die Leute. Zum Glück habe ich da ein Add-on, wo ich das sehe, aber für ein Gold brauche ich da nichts craften. Okay, also das waren jetzt acht und ein bisschen ein paar zerhackten, ne? Jetzt gehen wir nochmal auf den Magier rum. Da haben wir den Magier. Dann tragen wir das jetzt mal ein. Also was hatten wir? Wir hatten die acht und ein paar zerhackte, plus die drei. Also zusammen, ja, elf und vielleicht ein bisschen was. 700... 36. Also Pi mal Daumen... Oh, also wir haben schon echt viel ausgegeben. 1,2 Millionen, ne? Fast 1,3 jetzt. Ah, also ich drösel das jetzt nicht einzeln auf nach Rezepten und die ganzen Items. Sonst wird die Liste da wesentlich zu lang. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir das mal quasi auf die Art. Und wie gesagt, das mit diesen Schattenflammen-Essenz-Dingern. Also, keine Ahnung, wie viel ich da verloren habe, aber ich denke mal, das finden wir auch nicht mehr. Ähm, 100%ig raus. Es war auf jeden Fall viel, das kann ich sagen. Ich glaube, ich habe 10 Millionen investiert und wahrscheinlich habe ich es etwa halbiert, ne? Also, so eine Investition, in Anführungszeichen, äh, mache ich nicht mehr. Und ich weiß, ich habe das schon gesagt, nachdem, wo ich hier für dieses Tauschgame quasi Stuff gekauft habe, da habe ich auch schon dick Minus gemacht. Also, das war definitiv nichts. Aber naja. Da riecht man halt so das schnelle Gold, wisst ihr, was ich meine? Und dann geht es halt komplett nach hinten los. Also, wirklich richtig komplett. Aber ich habe auch ein bisschen was eingenommen, tatsächlich, hier im Patch. Ich habe einige Pets verkauft und, ähm, einiges aus Materialien und so. Also, ja. Ist schon okay. So, jetzt gucken wir mal, ob bei dem Mager das Ding sinnig aufgehoben ist. Ich denke mal, es ist sogar ein bisschen besser, das Teil. Gut, hätten wir das Thema auch gelernt. Die zwei Rezepte. Jetzt schauen wir schnell beim Alchi. Jetzt müsste ich hier auch alles haben. Genau, Alchi habe ich alles. Ersterstellungsbonus. Das hier ist, glaube ich, von der Insel, ne? Da habe ich, glaube ich, nie was im, als Arbeitsauftrag, als Öffentlichen gesehen. Was haben wir hier? Ah, da muss ich an diesen Altar des Verfalls. Ach, der ist in der einen Instanz drin. Ja, hm. Ich glaube, das machen wir aktuell nicht. Da muss ich einen accountweiten Kessel platzieren. Da brauche ich auch den Altar des Verfalls. Ja, hm. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ich kann mal schnell gucken, ob so ein Arbeitsauftrag dafür drin ist. Aber Altar des Verfalls ist halt die Problematik, ne? Dass du da einmal komplett die durch Brackenfell, oder wie das heißt, durch musst. Mit dem Main habe ich eine ID gesaved. Mit dem Twink habe ich die aber nicht, ne? Also da müsste ich tatsächlich einmal durchlaufen. Das machen wir jetzt nicht in der Aufnahme. Das wird zu lange dauern. Wollen wir mal gucken, wo war der Eiche-Tisch hier hinten irgendwo? Das eine können wir jetzt schnell nachschauen. Und sonst gehe ich auf die anderen. Zwei Charts habe ich jetzt noch, wo ich rüber switchen muss. Äh, wo haben wir das? Öffentliche Aufträge. Keine. Ja, ist natürlich auch wieder das Ding da drin. Warum stellt jemand sowas ein für ein Gold und bringt dann auch keine Mats? Ich glaube, das macht irgendjemand. Also ich weiß halt auch nicht. Ich weiß halt auch nicht. Gut, okay, egal. Loggen wir weiter. Hier haben wir jetzt keine Ausgaben. Jetzt habe ich quasi noch... Hatte ich auf den Shami irgendwas rübergeschickt? Ah, ich glaube, ich hatte auch ein Kettenteil gekauft, ne? Auf dem Worry auf jeden Fall. Aber gut, sie haben zumindest beide Post. Also da schauen wir jetzt mal kurz, was da noch drin war. So, jetzt könnte ich hier theoretisch noch gucken. Ähm, was ist da noch am Start? Ist da noch ein Platten-Item? Aber das werde ich wahrscheinlich noch drüben gelernt haben. Hier ist noch ein Leder-Teil für 45. Hm, das könnte ich theoretisch mal mit dem Druid kaufen. Dann wahrscheinlich HC, ne? Für 28. Naja, das ist HC. Jetzt kannst du dann auch nur auf quasi 5 upgraden, ne? Nicht komplett hoch. Jetzt den Plattenhelm. Mit dem Jar habe ich halt Inji. Der hat halt auch Speedgear an, ne? Deswegen hat der jetzt hier so einen Lone. Jetzt gucke ich mal. Eigentlich so, aber schon besser. Nee, es ist halt nicht mal besser. Ich habe ihn auf hier 24. Gut, wenn ich das upgrade, komme ich höher, ne? Lasse ich den mal. Müsste ich mal gucken, ob ich da noch so Upgrade-Teile habe. Eventuell. Ich weiß gar nicht. Ja, so viele Wappen liegen da jetzt nicht mehr rum. Gut. Jetzt gucken wir mal schnell rein. Wegen Ingenieur. Aber da habe ich alles. Und ich muss mal gucken. Erstherstellungsboni. Ah, schau mal. Da brauche ich auch diese Schattenflammen, ähm, Amboss-Schmieden-Gedönse. Mischen Seelen. Das ist halt wahrscheinlich auch wieder nicht im öffentlichen Auftrag. Da müsste ich vielleicht echt mal hergehen und auf diese blöden Insel, diese Teile farmen, ne? Wenn ich den jemals haben will. Ne, ist natürlich nicht drin. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal noch auf den letzten. Ich glaube, ich kaufe mir das Teil noch. Ach, Mist, mit dem habe ich nicht genug Gold. Okay. Ich glaube, das ist so das Zeichen, ne? Ich soll es mir nicht kaufen. Ich glaube, ja, wahrscheinlich wären die sogar noch günstiger. Die Teile, ne? Wichtig sind vor allem die Sachen jetzt aus dem letzten Raid, dass ich die jetzt auf jeden Fall alle weg habe. Weil die sind jetzt tendenziell günstiger, ne? Weil halt Leute noch Restbestände überhaben und dementsprechend die halt einfach loswerden wollen. Ne? Weil es ja gear-technisch nicht mehr sinnig ist. Aber wenn halt da kaum mehr einer reingeht und man T-Mock haben will, gehen die Sachen tendenziell eher hoch. So, jetzt schauen wir mal. Sind wir schon umgelockt? Ne, das zieht sich jetzt hier wieder ein bisschen. Also aktuell ist es echt schlimm bei mir mit Addons. Aber dann können wir da mal hier das noch einmal upgraden. Ein paar Sachen. Dann hat der Worry auch zumindest ein bisschen Gier. Ich habe aktuell so ein paar Chars auf Kushner umgebastelt, ne? Und hau da diese eine, diese eine, den einen Rare um, den man hier spawnen kann. Die Haut war vor ein paar Tagen noch auf über 50k. Da hat sich das tatsächlich rentiert. Aber, äh ja. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe quasi eine von denen gekauft, ne? Die war jetzt noch 14 oder so. Also die droppen halt auch immer weiter. Also, ja. Ob ich das jetzt die Tage noch weitermache, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht mehr wirklich weitermachen. Aber so ein bisschen Gold konnte ich damit tatsächlich verdienen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch die zwei Items, die ich lernen kann mit dem Shami. Ähm. Ja gut, ich habe eh nur einen Kettenträger hier, ne? Ja, das wird eh besser sein. Das hier und das ist ja besser, denke ich mal, ja. Gut. Ich habe meinen Set-Bonus, aber egal, ne? So, dann schauen wir jetzt bei dem auch noch kurz, ob ich noch irgendeinen Herstellungsgedönse habe. Oh, hier ist nicht viel, ne? Ähm. Das könnte ich einmal craften. Auch einmal craften. Und das hier braucht alles immer so einen Funken, ne? Und halt die Seelen sogar. Okay, wartet mal. Also das können wir, denke ich, mal noch ausgeben. So, hier sogar zweimal, ne? Ja. Die waren jetzt vor ein paar Tagen nur richtig, richtig teuer, aber die gehen auch immer weiter runter. Und ich meine, das kriegst du über ein Alchi, wenn ich mich jetzt da nicht ganz... Halt, ich will nur... Hier kaufen. Und auch. Ne, das brauche ich mit dem anderen nicht. Da brauchen wir eine... Oh, die sind aber auch runtergegangen. Die waren mal über 1000 Gold. Das weiß ich noch. Da brauche ich 60. Da brauche ich das mit dem anderen auch. Da brauche ich dann 30. Und hier brauchen wir dann... Sex. Okay, einfach wäre random reingefollowed. Bin nicht am Streamen nebenbei gerade. Also nicht wundern. Ich bedanke mich dafür jetzt nicht, weil der hört es eh nicht. So, okay. Dann... Ich frage mich, warum Leute reinfollowen, wenn ich selber nicht am Streamen will. Weird. So, okay. Also das stellen wir jetzt mal her. Interessant. Das einmal. Ja, die sind beide nicht auf den geprockt. Hätte man hier nochmal so extra Teile reinhauen können, aber egal. Äh, gut. Was ich mich frage? Ja, auch immer so ein bisschen gucken wegen... Gold, äh, Opportunity. Die waren jetzt beide im Minus, ne? Die ich jetzt eben gecraftet habe. Warte, machen wir das mal kurz raus. Wie heißen denn die? Was hat denn das gekostet zum Craften? Ähm, 5, 7 und das andere 6. Also beide, also 12 zusammen, ne? Wenn ich die jetzt in Gold hergestellt hätte... Äh, das kannst du auch knicken, ne? Da kommst du gerade so auf Break-Even, ne? Also da machst du nicht wirklich Gewinn mit. Ich könnte mir vorstellen, mit Mehrfachherstellung, dass du darüber Gewinn machen kannst. Wisst du, was ich meine? Dass man sich hier so Mehrfachherstellungsdinger reinmacht und dann die Teile auf Gold craftet und hier diese Teile reinhaut. Müsst mal so aus Interesse gucken. Ja, gut. Ich könnte ein paar herstellen, ne? 61 Stück. Ja, muss ich mal schauen, ob wir das machen. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal 12k abhakeln. Jetzt schicke ich das bloß einmal rüber. Naja, vielleicht kriege ich die sogar noch verkauft. Mal schauen. Sind jetzt zwar nur Rang 2, ne? Da hast du... Meistens kannst du Rang 2 halt knicken, weil die Leute wollen halt, wenn dann immer das Beste vom Besten haben. Aber mal schauen. Eventuell. Können wir noch ein bisschen was mit rausziehen. Gut. Dann können wir jetzt hier auch auslocken. Wisst ihr, was wir jetzt noch zum Abschluss machen? Die 12k eintragen. Und ich date das jetzt hier mal kurz ab. Und dann schauen wir mal. Inwieweit ich jetzt noch Rezepte brauche. Es müssten jetzt noch, ich glaube die zwei Inschriften, ne, drei Inschriftenkunde, das Eichelrezept müsste es jetzt noch sein. Aber da müssten wir jetzt ziemlich durch sein. Gut. Was sollten wir noch machen? Ne, genau hier. Das war jetzt nochmal 12k. Also haben wir 48, so rum. Also wir sind jetzt am Endbetrag, was ich jetzt rausgehauen habe, bei 1.308.000. Und wie gesagt, das ist da oben. Es geht schon etwa in die Richtung, aber es ist auch ein bisschen Schätzung dabei, ne? Weil ich es nicht genau weiß. Aber ich denke mal, es müsste schon so in die Richtung passen. Zumindest, wenn wir das jetzt hier einmal updaten. Schauen wir mal rein. Nicht Reputations, Rezepte. Ja, dann sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Stück drin. Und zwar, ähm, alles. Aber warte mal, warum sind jetzt noch drei Inschriftenkunde-Rezepte drin? Das ist ein bisschen komisch. Müssten es zwei sein, die ich kaufen kann. Und eins, was ich über das Handelssystem kriege. Strange. Muss ich nachher nochmal vielleicht gucken. Aber sonst haben wir das alles. Fünf Rezepte zeigt er mir jetzt noch an. Heißt, damit bin ich jetzt erstmal durch. Die T-Mog-Sachen habe ich mir jetzt auch. Die günstigen aus dem Patch gekauft. Also, da sind wir wieder gut dabei. Ich denke mal, beim nächsten Mal können wir wieder irgendwelche alten T-Mog-Sachen in Angriff nehmen. Und ja, sind wir zumindest jetzt mit dem 10.1-Stuff im größten Teil durch. Gut, das war jetzt ein bisschen längeres Video. Ich dachte mir, ich mache das jetzt mal uncut einmal durch. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.